Was sagst du zur Tuchel Entlassung? War ja klar, ne? Also ich glaube halt, dass je nachdem, was hier jetzt in den nächsten Wochen passiert, wenn die jetzt auch noch gegen Leipzig verlieren sollten, glaube, dann wird der auch noch vorher entlassen. Das war ja klar, dass sie nicht weitermachen werden mit dem über den Sommer hinaus. Würde es echt feiern, wenn die Bayern Alonso holen würden? Boah, ich sag dir ehrlich, also es ist nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube, Alonso würde gerade nicht zu Bayern gehen. Es ist nur so ein Bauchgefühl. Ich weiß warum, aber ich glaube, Alonso würde es gerade nicht machen. Nur so vom Gefühl her, aber ich, also ich persönlich, wäre ich jetzt Xabi Alonso, würde ich den Moment absolut unpassend finden, um nach Bayern zu gehen. Also ich glaube, wenn er wohin geht, dann nach Liverpool. Chat, also versteht ihr meinen Gedankengang? So, guck mal, der Mann wird jetzt dieses Jahr sehr wahrscheinlich mit Leverkusen Meister. Wenn der mit Leverkusen Meister wird, dann gehst du doch nicht nach Bayern, um dann mit dem Meister zu werden. Also, versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, wenn der Leverkusen direkt verlässt, dann fürs Ausland. Laut Sky würde eher zu Bayern als zu Liverpool. Ja, krass. Also ich habe es jetzt halt, wäre so von außen mein Gefühl gewesen. Denke, Alonso macht noch ein Jahr Leverkusen und hat realen Blick. Ja, oder halt jetzt wirklich schlippt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich habe tatsächlich das Gefühl, Alonso wird noch ein Jahr bei Leverkusen bleiben. Das ist nur Gefühl, Alter. Ich kriege Leverkusen, Alonso, ich kriege nichts mit. Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, er bleibt noch ein Jahr bei Leverkusen. Ich glaube, er will sich das nicht entgehen lassen, diesen, halt auch das einmal abzuschließen. Weißt du, was ich meine? Nein, übernehmen, ins internationale Geschäft führen, Meister werden, in die Champions League führen und dann als amtierender Meister auch noch mal ein Jahr zu zeigen, dass man halt wirklich, dass man halt nicht so irgendwie Meister geworden ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Alonso macht noch ein Jahr Leverkusen. Nagelsmann kommt im Sommer nach der EM wieder. Da würde ich ganz krass gegenwetten. Ich glaube, die Bayern werden irgendwann vielleicht noch mal Nagelsmann. Aber ich sage definitiv jetzt nicht im Sommer. Weil damit würden, ich sage, die würden damit halt so angreifbar nach außen hin sein, weil die sich ja damit selber eingestehen würden, dass sie halt die letzten anderthalb Jahre nur Scheiße gemacht haben. Alonso oder Zidane wäre so geil. Wie gesagt, bei Alonso, jetzt schreibt Sky anscheinend irgendwie, dass Bayern irgendwie sehr wahrscheinlich ist für Alonso. Ich habe irgendwie das Gefühl, also keine Ahnung, ich finde, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass Alonso zu Bayern geht. Ist aber auch nur so ein Gefühl irgendwie. Keine Ahnung, kann es nicht sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er entweder ins Ausland geht oder noch ein Jahr bleibt. Ich glaube auch, dass er noch ein Jahr Leverkusen macht. Ja, genau. Also ich stelle mir so vor, ist jetzt nur so mein persönliches Empfinden. Ich glaube, Alonso wird sich halt denken, es sieht ja krass danach aus, dass er die Meisterschaft jetzt mit Leverkusen holt. So, was willst du dann halt danach in der Bundesliga machen? So, wenn du dann zu Bayern gehst und mit denen die Meisterschaft holst, so, dann hast du dich ja eigentlich nicht gesteigert. Du bist ja rein bundesligamäßig, hast du ja eigentlich schon alles erreicht in der Liga, wenn du halt die Meisterstreak von Bayern brichst. Dann hast du ja schon alles erreicht. Und dann wäre halt für mich irgendwie als Trainer, glaube ich, die lukrativere Challenge, dann erstmal noch bei dem Verein ja zu bleiben und mir halt gucken, ob ich sie halt auch noch in der internationalen Spitze noch weiter etablieren kann, anstatt dann halt direkt zu den Bayern zu gehen. Aber ist nur so mein Gefühl. Nur mit der Mannschaft von Leverkusen kannst du, glaube ich, nicht die Champions League gewinnen. Also ich meine es komplett ernst. Ich glaube, mit der aktuellen, die aktuelle Leverkusen-Mannschaft, ich meine das wirklich ernst, ist mindestens eine Top 5, Top 6 Mannschaft in Europa. Ich meine das wirklich ernst, weil die haben so einen krassen Run gerade und die haben absolute Weltklassespieler in ihren Reihen. Warum denn nicht? Also es ist nur meine Meinung. Gibt bestimmt noch Mannschaften, die besser sind, aber in der aktuellen Verfassung. Ob du dann jetzt mit denen die Champions League gewinnen würdest, keine Ahnung, aber ich glaube, ist es einfach attraktiver für einen Trainer zu sagen, ey, anstatt, dass ich jetzt hier mit Leverkusen Meister werde und ich habe sogar das Gefühl, dass Leverkusen zwei Titel dieses Jahr holen wird. Also ich glaube, Leverkusen wird Bundesliga und DFB-Pokal holen und dann gibt es ja immer noch die Euroliga. Also der Typ kann halt drei Titel gewinnen. So und ich glaube dann, dass halt zwar irgendwann mal für Alonso Bayern München als Trainerstelle super interessant wird, aber ich glaube dann danach halt da hinzugehen, so was willst du dann halt mit Bayern krasser machen, und so, weißt du, was ich meine? Und ich sage dir ehrlich, die können halt wirklich, die können ja wirklich rein theoretisch einen Triple holen. Und also, keine Ahnung, da muss schon einiges zusammenkommen, dass sie das Triple gewinnen, aber why not? Die sind für mich in der Euroleague mit die stärkste Mannschaft, neben Liverpool vielleicht. DFB-Pokal haben die die besten Chancen, Bundesliga haben die besten Chancen. Also jetzt nicht so, als wäre ein Triple komplett unmöglich. Ich finde es halt krass, Alter. Das Ding ist egal, was Alonso am Ende machen wird, ob der direkt zu den Bayern geht, ob der noch ein Jahr Leverkusen macht und darauf wartet, dass Real Madrid vielleicht mit Angelotti Schluss macht, oder was auch immer. Vielleicht macht er auch was ganz anderes. Meiner Meinung nach gibt es für Alonso auch nur vier Optionen, und das ist Leverkusen bleiben, zu Liverpool, zu Real oder zu Bayern. Es passt irgendwie so von der Story geil mit seinen Ex-Vereinen, keine Ahnung. Aber ich glaube, alles, was er machen wird, er hat jetzt einfach bewiesen, dass er ein unfassbar kranker Trainer ist. Der Thomas Tuchel extremst outcoacht schon, der hat bei Leverkusen alle Spieler besser gemacht, scheint im Man-Management überragend zu sein, da ist ja keiner irgendwie großartig unzufrieden. Ich glaube, der hat jetzt schon so Fußabdruck hinterlassen, dass egal, was es dann am Ende wird, und egal wie, also es wird sowieso erfolgreich, aber ob es dann 10 von 10 erfolgreich wird, oder 8 von 10 erfolgreich, meiner Meinung nach, Alonso hat dieses Jahr, oder in den letzten anderthalb Jahren, trainermäßig, so einen heftigen Fußabdruck hinterlassen. Also ich habe genug gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe genug gesehen. Egal, ob der jetzt nochmal ein Jahr Leverkusen macht, und dann vielleicht seine besten Spieler verkaufen muss, oder sich das Ganze ein bisschen abnutzt, und der dann nächstes Jahr nur Vierter wird, ich habe trotzdem genug gesehen, um zu sagen, der Typ ist ein absoluter überragender Weltklasse-Trainer. Vorausgesetzt, der bringt jetzt die Saison so zu Ende, wie man aktuell damit rechnen kann, das heißt mindestens mal mit einem Titel. Dass er bei Bayern München unbedingt Alonso haben möchte, das kann ich mir vorstellen. Also, dass der da der absolute Top-Kandidat in der Verlosung ist, macht ja auch nur Sinn. Bro, du kriegst dann am Ende einen der besten Trainer der Welt, auch noch einen der Jüngeren, also noch einen von den Jüngeren, und du nimmst ihn halt von dem größten Konkurrenten weg. Weil, ich sage euch ehrlich, Chad, angenommen, angenommen Leverkusen hält Alonso, und schafft es auch, den Kader zusammenzuhalten, dann spielt Leverkusen nächstes Jahr wieder mit um die Meisterschaft. Weil Leverkusen hat aktuell den besseren Kader als Bayern. Und wenn die dann noch nachbessern, also Bayern muss schon Hebel in Bewegung setzen, dass es nicht am Ende wieder so ein Dortmund-Ding wird, die einem dann auf einmal so dieses Nummer-Eins-Sein in Deutschland streitig machen. Weil das macht Leverkusen gerade brutal. Ist halt nur eine Saison, und gucken, wie lange sich das hält. Aber Leverkusen hat jetzt schon innerhalb von einem Jahr so krass aufgeholt. Aber es werden auch Leute gehen bei Leverkusen. Ja, 100%. Bei Leverkusen werden Leute gehen. Die Frage ist halt nur, ob du dann vielleicht, wenn du mit Alonso nochmal ein Jahr machst, Wenn du mit Alonso vielleicht nochmal ein Jahr machst, kannst du vielleicht auch nochmal so ein Frimpong, trotz niedriger Ausstiegsklausel oder einen Wirz, vielleicht kannst du die dann alle nochmal überreden, noch ein Jahr zusammen zu bleiben und zu sagen, ey komm, wir haben jetzt hier letztes Jahr Unfassbares geschafft, lass nochmal ein Jahr probieren. Aber es ist halt alles sehr viel Theorie, ne? Schau mal, gut, dass mit Tuchel kommuniziert worden ist, dass es im Sommer nicht weitergeht. Ja, das hat Bayern München tatsächlich, alle Achtung, tatsächlich relativ smart gelöst. Weil so hältst du dir alles offen, so weiß jeder schon. Und gut, der ist im Sommer weg. Man hat registriert, dass es gerade nicht läuft. Man hat registriert, dass es eine Veränderung braucht. Man zeigt damit aber auch mit dem Finger auf die Mannschaft und sagt, ey, der bleibt aber bis zum Sommer, weil ihr seid selber auch kacke. Das liegt nicht nur an dem. Aber ich finde, Bayern hat das gut gelöst. Und du hast halt immer noch, wenn du halt merkst, gut, es geht halt wirklich gar nicht mehr, dann kannst du ihn halt immer noch vorher entlassen. Aber ich finde, Bayern hat das jetzt top gelöst mit Tuchel. Halte ich tatsächlich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber wieso bleibt er dann? Wer hört denn jetzt noch auf den? Ich glaube tatsächlich zwei Gründe. Erstmal hast du jetzt gerade nicht so viele interessante Trainer auf dem Markt und du hast dann einfach einen unverbrannten Trainer im Sommer. Du hast einen unverbrannten Trainer, der eine ganze, der keine Altlasten aus der alten Saison noch mitschleppt. So. Plus, du gibst halt einfach, und das finde ich wirklich von den Bayern, das ist ein schlauer Move, du gibst deinen Spielern kein Alibi. In dem Moment, wo du Tuchel jetzt entlässt, gibst du den Spielern ja ein weiteres Mal recht. Und sagst den Spielern, ey, ja, gut, ihr habt jetzt hier in weiß ich nicht wie vielen Jahren, weiß ich nicht wie viele Trainer verschlissen, aber es lag an dem. In dem Moment, wo du jetzt Tuchel hältst, sagst du, ja, wir brauchen eine Veränderung auf der Position, aber es ist nicht so gravierend, dass er jetzt direkt muss. Aber ich bleibe, ihr kennt ja meine Meinung. Also ich sage, Bayern muss im Sommer so einen radikalen Umbruch machen. Also die müssen gefühlt jeden Spieler, der in dem Verein Deutsch spricht, verkaufen. Ich meine das komplett ernst. Die haben so viele tote Spieler im Verein, die müssen alle weg. Die sind alle tot in diesem Land. Also ich würde an deren Stelle von den deutschen Spielern, meine ich das komplett ernst, ich würde Müller, Neuer und Sané behalten und den Rest würde ich alle auf Reise schicken. Achso, ja, Musiala. Gut, Musiala würde ich auch behalten, ja. Ja, stimmt. Kurz die Existenz von Musiala vergessen und der Chat rastet aus. Hey, Musiala, hallo, 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 Musiala? Pavlovich können sie auch behalten, ja. Aber ich würde mich halt einfach von dieser Achse, beziehungsweise Generation Goretzka, Kimmich, Gnabry trennen. Ich glaube, das hat keine Zukunft mehr. Echt, die würde ich alle abgeben. Also ich sage bei Goretzka, ja, pass auf, hör mir zu, Bro, das Ding ist, bei Goretzka und Gnabry sage ich, ist egal. Sind gute Spieler, aber die haben sowieso, das sind die Spieler, da habe ich schon vor Monaten drüber geredet, Goretzka und Gnabry, absolute Spieler, wo die, die haben ein Image bekommen, von wegen, dass das Weltklasse Spieler sind oder dass es auch krasse Spieler für die Nationalmannschaft sind, einfach wegen diesem Triple damals oder mit dem Sechstupel mit den Bayern. Die haben so heftig Leben, die in ihrer allgemeinen Wahrnehmung von dieser Saison, die sind nicht so gut. Das sind gute Spieler, aber das sind keine Weltklasse Spieler. Leon Goretzka ist kein Weltklasse Spieler. Serge Gnabry ist kein Weltklasse Spieler. Das sind sehr gute Spieler, keine Weltklasse Spieler. Deshalb, weil die so hoch eingeschätzt worden sind, haben die Leute natürlich auch eine geisteskranke Erwartung an diese Spieler und an diese Generation. Ich sage halt, Deutschland im Allgemeinen, Fußballfans können, und ich zähle mich tatsächlich sogar leider dazu, ich verbinde mit der Generation Goretzka, Kimmich, Sané, Gnabry, ich verbinde mit den Spielern automatisch, wenn ich sie in einem deutschen Kontext sehe, verbinde ich sie einfach mit der Generation von Versagern, die einfach in der Nationalmannschaft nichts geschissen bekommen haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich verbinde damit die WM 22, ich verbinde damit die WM 21, ich verbinde damit die WM 2018. Das sind so die Gesichter dafür, dass wir verkackt haben. Und genau deshalb, weil das auch so viele Leute so anders sehen, werden diese Spiele auch medial nicht mehr geschützt. Die werden medial nicht mehr geschützt. Die kriegen nur auf die Fresse. Jeden Fehler, den die machen, auf den wird dreimal geguckt. Jeden Ball, den die nicht vernünftig annehmen, jede Großchance, die die vergeben, das wird halt einfach drei, vier, fünf, sechs Mal mehr auseinandergenommen, als bei irgendwelchen Spielern, die halt noch so jung und unverbraucht sind. Und ich glaube, all diese Spieler würden sich auch selber einen krassen Gefallen damit tun, wenn die Bayern verlassen. Und ich glaube, wer richtig davon profitieren könnte, Bayern München zu verlassen, ist Joshua Kimmich. Weil Joshua Kimmich ist im Vergleich zu Serge Gnabry und Goretzka halt wirklich ein Spieler von Weltformat, aber der muss da weg. Kimmich ist in Deutschland, Kimmich ist der Beste von den Dreien, aber am verbranntesten von allen. Ich würde an Kimmich stellen, wenn ich Kimmich sein Berater wäre, ich würde sagen, Bruder, weg, 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 weg. Sofort weg. Geh sofort weg. Und dann stell dir vor, der wird zu Manchester City gehen, der wird zu Barcelona gehen oder wo auch immer, der wird da so rasieren. Halleluja, der wird da so rasieren. Der wird endlich seine Anerkennung kriegen, die der seit Jahren verdient hat. Digga, stell dir mal vor, Kimmich geht zu Guardiola, zu City. Boah, wird der da alles zersachen. Richtige Toni Kroos-Vibes, als der zu real gegangen ist. Ich schwöre es dir. Kimmich-Bandbilder hauen mich jedes Mal weg. Ja, aber genau da sind wir ja beim Thema. Also, weißt du, was ich meine? Das würde, wenn das nicht Joshua Kimmich ist, würde das niemals so krass geteilt und gemimt werden bei dem. Der Typ ist halt einfach irgendwo auch ein Meme geworden, Kimmich. Weißt du, was ich meine? Weil der halt einfach so, Kimmich, Kimmich ist einfach das Gesicht für Deutschland hat die letzten Jahre versagt. Ist auch nicht fair, dass er das ist, aber er ist es. Und deshalb würde ich ihm empfehlen, so schnell wie möglich aus Deutschland wegzuwechseln. Und ich glaube auch deshalb, dass die, ich glaube die Europameisterschaft wird eine absolute Katastrophe. Weil wir einfach eine Generation von Spielern haben, die tot ist. Die sind vom Kopf, die sind alle Burnout gefährdet, die sind alle tot und die haben auch alle keinen Bock mehr, für Deutschland Fußball zu spielen. Lass die mal das Auftaktspiel verlieren, kann ich dir jetzt schon, würde ich mein Geld drauf wetten, dass wenn die das Auftaktspiel verlieren, wieder rausfliegen in der Gruppenphase. Also je nachdem, wer spielt und wen die mitnehmen. Also meiner Meinung nach, hört sich beschissen an, ich würde auch tatsächlich keinen von denen nominieren. Ich würde, ich meine das komplett ernst, ich würde einen Joshua Kimmich aus Selbstschutz nicht mit zur Europameisterschaft nehmen. Wäre leistungsmäßig nicht gerecht, aber ich würde Goretzka, Kimmich, Gnabry, ich würde auch einen Thomas Müller, ich würde die alle nicht mit zur EM nehmen. Auch einen Thomas Müller nicht. Ich glaube schon, dass er gut für die Kabine ist und so, aber ich würde da jetzt einfach die ganzen deutschen Spieler mitnehmen, die gerade alle gut spielen, gute Laune haben. Ich glaube, das brauchst du. Also ich würde tatsächlich, weil ich glaube, also schlechter als die letzten drei Turniere kann es eh nicht laufen. Ich würde einfach so eine Achse aus Stuttgart und Leverkusen Spielern mitnehmen. Stuttgart und Leverkusen und Leverkusen